Technodrome Ja, das müssen wir uns nicht anschauen Ich hab gesagt, das müssen wir uns nicht anschauen Technodrome, let's kick shell Yeah, let's kick shell Oh, hier werd ich bestimmt leben lassen Ab ins Abteuer Oh, ja, diese Teile sind Sehr mies Ich hab's schon oft erwähnt Ich muss ja ein bisschen taktischer rangehen an die Sache So Das war's, oder? Genau Oh, 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 oh Nice try Und jetzt fliegen sie auch wieder anders Die Gegner Oh, oh, oh Meine Fresse Das wollte ich vermeiden Das sie mir in die Hand beißen Ja, dieses Spiel Macht ja eigentlich mehr Zu zweit Spaß Allein ist es ein bisschen Ja, macht natürlich auch Spaß, aber Ungefähr um die Hälfte reduziert Oh, ich bin doch ausgewichen, du Das war wirklich eine schlechte Performance von mir So, Schluss jetzt Ich werd euch nicht mehr werfen Toll, hier wär die Pizza gewesen Nice Okay, wie macht man die nochmal am besten kaputt? Indem man sie rammt, ne? Genau Oder einfach die Bombe nimmt So, wenn ihr einzeln vorkommt, dann kann ich euch auch werfen Ja, Schredder lacht da im Hintergrund Wohl nichts Bestes zu tun Als Fernsehen zu gucken Also auf seinen Monitor Oh, nicht beführen Wie heißen die? Tocker und Wie heißt der andere? Keine Ahnung mehr Äh, 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 äh Du willst doch jetzt kein Eis Versprühen Nein, 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 nein Ich will nicht verbrannt werden Au, 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 au Was für ein Konter Au, 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 au Ich wusste eigentlich, dass er zuschlägt Ne, 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 ne Diesmal hab ich's gesehen Au, au, au Meine Fresse Ja, der ist schon mal kaputt Und ich weiß, dass man den Hund nicht schlagen muss Aber ich mach's trotzdem Ja, komm Äh, die Schildkröte scheint mir ein bisschen dümmer zu sein als der Hund Oder? Also der hat nicht so eine Konterattacke drauf Also die Schildkröte meine ich jetzt Und die schlage ich natürlich auch Ungeduldige Geister gehen sofort durch die Tür Und verpassen sich nochmal so einen Stromschlag Damit meine ich eigentlich nur mich Aber diesmal halt Muss das nicht sein Und schon wieder ein Leben bekommen So, kommt Keine Zeit hier Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das werden Eigentlich geht dieses Spiel sehr schnell zu Ende Ich rechne so mit Drei bis vier Teilen Drei Teile müssen es eigentlich werden Oh, 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 oh Na, 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 na Nee, 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 komm Komm, geh nach Hause, Junge Na? Haben die alle schon genug, oder was? Boah, nee, ihr nicht Hahaha Ey Au, au, au Schloss der Feichweite Ey, ey, ey Bist du immer alles so Persönlich leben müssen Wenn ich auf die Zaufe Ja, wie gesagt Man muss die zusammen Oder einfach mal Äh Beim Gehen erwischen Wenn sie jetzt ein Schutzschild Außer Acht lassen Okay, weiter geht's Shredder Tonight I die On Turtle Soup Haha Sehr witzig Ja, das ist nervig auch Ich glaub Wenn man das Auf normal spielt Dann haben die halt Kein Schutzschild Meine ich So muss ich halt Au So muss ich die halt Immer rammen Und dann Selbst dann Kommt's halt noch drauf an Ob ich die überhaupt Werfen kann Lass mich noch da rüber Ja Okay, wieder da rüber Nach links laufen Da ist keiner Jungs Ey Das mein ich Ja, genau So will ich das sehen Dankeschön Dankeschön Ey, 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 ey Du bleibst schön weg Mit deinem Greifarm Okay Und werfen War's das? Nein Einmal muss ich ihn noch Ey Das war's, oder? Ne, noch einmal Oh, da hat er mich erwischt Verdammt nochmal Nichts drauf geachtet Verdammt Das fängt mich auf Das fängt mich jetzt echt auf Dass ich jetzt noch Ein Leben verloren hab Gott So, jetzt Irgendwie der Wurmsinn gewesen jetzt Verdammt nochmal Verdammt nochmal So 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 Vielen Dank.